ja krieg noch mal ein bisschen du na komm probier doch dein Glück guck mal wie gut wir sind ha 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 ja das war's für dich was ist das hallo macht das mal alles kaputt ja nichts besonderes so wo geht's weiter hier sind keine kisten mehr ähm das ist mein nächstes ziel wieder mit dem speicherungspunkt los geht's ach läuft das gut das auch so und das machen wir als nächstes kaputt hier wenn's irgendwie geht da wo müssen wir hin hier hin boah das grad falsch oh doch hier drüben da waren noch nicht so viele geschisse aber doch da sind welche ok 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 haben wir nicht so kommen wir ja meine untertanen ja läuft das gut hier was treibst du mich hier an hier kümmer dich doch mal bitte um die anderen ich kann nicht komm die möchte kurz machen jetzt bist du dran naja so was bist du keine ahnung noch nicht auf jeden Fall bist du teils tot komm doch her komm doch her so hier da drüben geht's weiter gell leute ach das läuft doch schon perfekt hier da ist noch irgendwie mafia noch mit drin aber der wird gleich aufgeben weil jetzt ist der Asse tot der zweiter der dritte das muss wahrscheinlich hier der mag hier sein kommst du her ja alles cool ohne was zu meckern ach da ist ja immer noch eh noch kommst du mal her ja hallo geh doch ein mann frei wir sind gleich level ab so hat sie noch etwas besonderes auf der insel weil dann würde ich dich erstmal wieder zurück beschwören machen wir das ähm die fünf gott so das hat nur sehr viel fliegende tiere und das da unten was da wahrscheinlich das größte wird ja hm und da haben wir irgendwas noch vergessen ne als alleres machen wir mal die brutstätten kaputt das das sinnvollste und los geht's brutstätten erstmal das hier dann das hier und jetzt das hier so perfekt so haben wir jetzt irgendwie noch was blaues hier er hat immer noch oben die blut äh hier ist das nächste wo wir erstmal hingehen aber warum schießt hier irgendwas noch hier ist doch gar nichts doch da ist noch was haha ihr seht mich nicht hier kann ich mich nicht in einen drachen verwandeln so das will ich noch kaputt haben so und nun da kommt mal her schnapp sie dir kommt los geht's oh haha ihr könnt mich nicht aufhalten Noredo irgendwo ob du was willst du von mir bleib mal hier na na So, ihr habt hier einige Truhen, die kann man nicht aufschlagen, aber die hier. So, das war's, hier ist, komm, die machen wir auch mal auf, dass wir da irgendwie nicht in die Missverständnisse kommen. So, erstmal gehen wir hier rüber. So, kann man die aufschlagen? Nö, kann man nicht. Aber die da drinnen kann man aufschlagen. Kann ich wieder nicht öffnen, war wieder klar. So, was ist das hier? Ach, wunderbar. Wir können eh nichts mehr. So, noch jemand. Ach ja, wunderbar. Wir haben ein neues Level ab, wollte ich schon mal so anmerken. Ach, lass den mal rüberkommen. Ich kann da nicht hin. Ja, deswegen. Das war's mit dem Game. So, aber wir haben ein neues Level ab. Und das bedeutet, Lebenskraft, aber Stärke muss jetzt irgendwie noch mehr, ein bisschen mehr höher. So, und Fertigkeiten? Ähm, wie gesagt, wir können auch runterscrollen. Das machen wir. Da. So, guck mal, machen wir jetzt irgendwie noch was hier finden, ne? Wir haben mal was zum Beispiel. Ja, nehmen wir mit. Brauchen wir, sehr gut. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier hoch. Aber ich muss dann langsam auch mal ganz kurz mal weg. Ja, dazu den nächsten Gegner. Ah, wunderbar. Das läuft so gut hier. So, soll ich noch was dazu sagen? Hier ist noch einer. Ja. Am besten Gott, keine Mucksen mehr machen hier. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Oh. Nehmen wir mal mit. So, ich guck mal jetzt schnell nochmal hier rum. Und dann geht's dann gleich weiter. Mache einen kurzen Aufnahmestopp. Erstmal wieder speichern. Ja, Level 31. Und wir sehen uns gleich wieder. Und wir sehen uns gleich wieder. Und, bis zum nächsten Mal.